Was macht ihr denn so? 1-1 Meistens eigentlich eher so 1-2, ab und zu mal 1-1 Ja, jetzt schaut man die Commands an Naja, ich habe ja was geschrieben Oder sieht man das nicht? Doch, TeamGap7 Ich weiß zwar nicht, warum das so funktionieren sollte Aber die hatten ein Announcement geschrieben, als die Liga losging Wo sie die Server-Settings geschrieben haben Mit so den wichtigsten Commands Vielleicht ist das Gap, dass es bis 7 geht Und Gap bedeutet, dass es Tennis-Modus ist Ich weiß es nicht Vielleicht ist das der Command für Tennis-Modus Bis 7 Punkte Fett gibt's Ach du Scheiße, F1, F1, Noto, Fett, 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 Tempcar, Superstars, Dindle Äh, wir fahren mal Coaster an, Joe, ne? Ja? Ne, Stadium Nein! So? Geil, hat doch geschrieben! Ja, er möchte einfach warm werden in Tennis-Mania allgemein Ja, sie gehen zackt, sie wollen im Stadium Also, bis ich zackt habe, wir sind spät dran, dann sollen sie entscheiden Ist das falsch gewesen? Ich meine, wie er das bedundet, kann ich auch nicht verstehen, aber... Okay, egal, was sagt hier Du hab' ich's jetzt auch verstanden, aber... Oder er meint halt einfach zum warm-up-warben werden Aber wenn du das so siehst, 1-2 niedrig bis 1-3 niedrig Das könnt ihr schlagen, wenn du 1-1 sagst Ja, ab und zu mal, aber... Ja, ich hab' ein 1-2 niedrig gefahren Mal schauen Geht sicherlich ein bisschen was Joa, doch, die Zeiten sind nicht schlecht, hey Ach ja Ja, vorhin bin ich 1-1 konstant am Ende gefahren, aber das ist lang her So wie geht Das lieber nicht Hast du Stadium ein bisschen gefahren, Firestorm? Ja Sehr gut Danke, das geht uns nicht so gut Du, Marius? Am Mittwoch mal ein bisschen und vorhin hab' ich gefahren Hab' Markus, der war in meinem Stream, den hab' ich dann die Linie gezeigt Also was ist jetzt eigentlich? Stadion, aber... Ja, also... Dann hab' ich's ja gechillt Was bist du so gefahren bei Star Wars Stadium? Äh, ich denke, ich kann 1-1 reinfahren Wenn alles problemlos klappt Oha Ja Ist auch mein Ziel Kann aber durch das auf 1-2 hinauslaufen, weil man hier und da ziemlich viel verlieren kann, wenn man irgendwas savet Oder nicht so gut trifft Oder nicht so gut trifft Bin ja mal... Das Stadium doch enger wird als gedacht Du fährst ja auch nicht mit Wolltest du ja nicht Ich hab' mir die mir gar nicht angeguckt Das ist ne Scheiße, Tobi, da bist du froh, wenn du die nicht fahren müsst, glaub mir Äh, ja... Gut, du hast von Anfang an gesagt, dass du sie nicht fahren willst Deswegen hab' ich halt schon nach nem Ersatz gesucht Ja, das mit Rain-Queue ist natürlich doof für Rallye Ich mein, Rallye wär' eh schwer geworden Aber wenn er jetzt fehlt Ja, ich weiß nicht, das muss ich ja nicht genau, denn ich krieg's nicht immer auf 2-3 Ich weiß nicht, das muss ich ja nicht genau, denn ich krieg's nicht immer auf 2-3 Wir müssen halt Stadion und Coast gewinnen Sonst war's das Rallye werden wir wahrscheinlich sowieso 7-1 verlieren oder sowas Ja Ach, das ist ein Gegner da vorne Oh, ja Und direkt hinter dir ist auch einer Ich dachte, das ist das Firestone Nee Und ich glaube, wenn das schlecht läuft, werden wir das CD auch verlieren Ach Die sind nicht so schlecht Die sind nicht so schlecht Äh, streamst du Marios? Ich rekorde Ah, okay Also ich nehm's auf und lad's dann irgendwann auf YouTube hoch Aber nur wenn's gut genug ist Wenn's schlecht ist, warte ich immer ein bisschen länger Na dann, mal schauen, was Markus macht Wir müssen auf Restarten, oder? Ja Gut Ganz kleins bisschen vertippt No minimal No minimal Mhm Ja 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Na ja, du hast noch dreiviertes Sekunde Vorsprung. Ja, safe. Ja, ich habe die ganze Zeit gedacht, dass Weirstone erster ist und er hat dann eine Treife. Ich habe es aber trotzdem, das bringt dir nichts. Ja, ja, das ist doch voll okay. Ja, weiter. Ja, das ist doch... Ja, das ist doch... Okay, ich versuche erster zu werden. Du musst erster werden, Marius. Ja. 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 Ja, safe. Ja. Was hat denn der jetzt gemacht, hey? Du hast eigentlich so einlack, hey. Aber nice. Ja, es reicht trotzdem. Alles gut. Ja. Ja. Das war so dumm. Das war so dumm. Vor allem, du kriegst den Punkt. Das war so dumm. Ja. Das war so dumm. 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 Ja, das war mir auch klar mit dieser Stelle. Das ist halt einfach so schlecht gebaut. Ich meine, man weiß das doch vorher auch. Man weiß, wenn man das so baut, dass genau das droht. Ja. In den neuen Track Maniers können sie ja so eine Stelle easy bauen. Das ist kein Problem. Also ihr müsst eins und drei bleiben. Ja, ich bin zweiter. Sieht ganz gut aus, weißt du. Ja, safe. Ja, nice. Fertifiler. Sehr schön. Also. Die Zeit hätte gut sein gewinnen. War trotzdem gut. Sieht ein paar Spile. ron functionystem. Sieht ein paar Machen. kam aus auf dem auf dem spand. Sieht nach dem Zeitpunkt. Sieht nach deminalder so zwei leute sind gequetscht und bringt jetzt auch wieder also safe ja du wolltest es gerade wissen dahin echt richtig gute runde ja auch aber jungs Einer von denen ist leicht gecrasht Da ist einer per Part gecrasht Einer ist tot Warum Gegner? Das bin ich Marius Ja Entdeckte das Kurve, ne? Ich verliere da immer den Gang Da wäre wirklich wieder der Unterschied Können wir zeiten Nice Eine noch Eine noch Barrios, du musst Erster werden. Ich bin immer Letzter nach dem Start, weil ich diesen ersten trifft echt nicht mag mit der Airtime. Es ist fast schon frech, dass die jetzt zu null verloren haben. Das ist fast schon frech. Ja, es war halt sehr knapp. Aber... Naja, wir sind Top 3 in den Punkten. Es tut nicht die Leistung widerspiegeln. Von dem was sie können. Ne, aber sie waren halt ein bisschen inkonstant, sagen wir es mal so. Ja. Oh, die Hände sind kalt. Oh shit, ich bin am Speck. Pinnt. Oh na, Mann, so ne Scheiße. Kann ich halt auch. Aber lief jetzt am Ende dann doch so ein bisschen wie ihr es erhofft habt. Dass es doch Stadium relativ easy wird. Auch wenn die schon ein bisschen näher dran waren. Also ich hätte nicht gedacht, dass es 7 Moll ausgeht. Ne. Ich hoffe, ich kann mir hier alle Korten werfen. Das ist bei der Map echt schwer. Echt? Ich gar nicht. Ja, diese beiden Linkskurven zum Beispiel. Einmal, am Ende kommt die ganz lange auf dem GP. Und davor gibt es mal so ne Doppel-Links. Die verwechsel ich manchmal auch so. Ja okay, wenn man nur 15 Minuten fährt, dann kann man das schon vergessen. Ja. Na, ich habe auch erwartet, dass Sena fährt. Ich habe sie mir angeguckt, damit ich hier solide Zeit habe. Fahren kann. Was er natürlich jetzt plötzlich nicht kann. Naja. Sonst hätte ich auch vorgeschlagen, dass wir hier 4 gegen 4 fahren. Das wäre auch in Ordnung gewesen. Weil die haben glaube ich im letzten Match gegen Barlek, haben die glaube ich 7 gegen 7 zum Teil gemacht. Also ich glaube die hätten da gar nicht so viel dagegen. Ja. 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 hoffentlich schöne zeit wo packt man am ehesten muss man möglichst weit mittig rüberfahren oder du packst überall auf der ganzen map ich bin jetzt an diesem finish block das ist ja lächerlich mittlere 1 1 gewesen die waren nice die runde die liegen doch schon los hätte lieber noch ein zwei warm-ups gehabt war okay ja aber dann ist auch zu spät mittlerweile ich glaube langsam ja ich hab urlaub mir ist es egal dann ich dachte du ist ein cars off oder was kein auto gesehen für eine ganz lange zeit aber jetzt sind sie alle da das ist ja 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 So halten würde funktionieren, wenn Thibaut noch dritter wird. Ich bin noch nicht warm. Einer von denen raus, aber nicht viel. Halbe Sekunde. Zweiter. Ja, so einfach halten. Das ist okay. Wie lange du noch fünfter bleibst. Was? Drei Zehntel nach hinten. Okay, das sieht gut aus. Der zweite Typo, du hast Vorsprung. Ja, ja. Let's save. Ja. Und nur noch drücken. Ja? Ja, nochmal reingesaved, let's go. Alter Schwede, alter Schwede. Ach, Typo mit der 89, ich mit der 89. Ich weiß gar nicht, wo der Drift her kam. Ich versuche so ein bisschen eure Linie da jetzt zu kopieren. Aber ja, da ist eben eher slidey. Ja. 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 Ja, da läuft was. Okay. Ja. Ja. Wir haben zu vier. passt ja ja Ja, ich bin ja einfach so reinfahren. Ja, das war auch schon so ein schöner Fax-Klein. Das passiert. Okay, Tobias, jetzt hast du die Konstanz, ne? Ja, danke. Aber geil, war ja ein nice time hier. Oh, das ging vorher auch ab, aber nein. Ich war halt zu selben gerade. Ja. Hast der Korver getrifftet? Okay. Gib uns raus. Ja, versuche ich mal ein bisschen zu riskieren. Ja. Also nur einfach risk. Weiß doch nicht. Oh, den ersten. Den vierten, ja. Ja. Noch ein Pech gehabt schon wieder. Und nochmal. Ja. Schade. Noch ein Pech gehabt da halt. Aber schade. Ich trifft gerade in der vorletzten Kurve am Eingang jedes Mal. Habe ich noch nie gehabt. Ich bin rausgeslidert. Vielleicht kann ich auch noch wen kriegen, ich bin nicht so weit weg. Also wir brauchen noch den ersten. Aktuellen. Der ist super eng, aber... Nächster darf 2 und 3. Ja. Ja. Oh. Alle nein. Ja. Schade. Wenn ihr den alle überholt, ja. Hopp, hopp. Der ärzt dann auch ein Schwierigkeiten. Ja. 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 Ich bin noch eine 1-2 gefahren nach dem Raustriften. Ach, ich bin noch eine 1-2 gefahren beim Raustriften. 3 Sekunden hinten. Noch hinter dir. Aber nicht viel. Und noch mal. Jetzt ist er vor dir. Wir brauchen 1,3. Leid auf 2 und 3. Ja, go, Tivo. Ja, ja. Leid auf 2. Was bin ich hinter dir, Tivo? Also das ist ein absoluter Witz. Also das war ein absoluter Witz. Ja, ich habe versucht erst dazu bleiben, aber ich verstehe auch nicht, warum diese Kurve da anfängt zu sliden. Ich bin drei Kurven komplett durchgeslidet. Komplett mit gerade. Ja, was soll ich sagen. Egal. Ich bin abgehoben. Wieso? Also wir brauchen wieder 1,3. Ich bin abgehoben. Ich bin abgehoben. Ich bin abgehoben. Ich bin abgehoben. Oh hell, das ist nur noch wettet. Vielleicht halt nicht. Alter! Komm! Ok, jetzt alle zusammen. Herr Marius, kannst du noch fritter werden? Jetzt müsst ihr alle den Roppe holen. Oh, wir haben es, wir haben es. Oh ja, nice. Nice, komm weiter. Glück gehabt. Die Stadt ist gerade immer richtig rotzig. Na ja. Einer von denen raus. Herr Marius dritte bleiben. Warte, vorne noch. Ne, da geht jemand. Ja, reicht, 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 reicht. Na, bin mir noch ein bisschen verkackt. Alter, das war eine 1,70? Wollt ihr mich verarschen? Ja, sah so aus, als sei es hier da vorne recht schnell gewesen. Ja, ich hab noch gut eingeholt, hey. Ja, ich hab noch gut eingeholt, hey. Ja, schade. Na, ich musste voll risk gehen. Ja. Das stimmt. Ja. 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 Ja, alles klar. Bei mir sind noch 3 Falter hergefahren. Aber mit dir noch echt eine gute Zeit, nur zwei Stück ist halt schon heftig. Aber du, Will. Aber? Aber? Einer von neben raus ist, weil... Der zwei für uns. Aber das fehlt. Lieber, du hast so zwei, drei Zehntel. Vielleicht bin ich in Wande da noch bei. Der vier für uns. Das ist ziemlich selb. Und noch ein Zehn. Passt. Außer... Nein, passt. Boah, ich will noch wieder... Haben wir da gericht... Ultrasafe gefahren, das Finish. Ja, ja, richtig, Tivo. War auch sicher, war auch gut so, aber geile Zeit. Wir waren so gut unterwegs beide. Geil. 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 Weiter. Geil. 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 brauchen wahrscheinlich 1,3 aus dem wahres gegen rein oh ja eine position könnt ihr abgeben GG wollen wir aber nicht eine Güte nice nice sehr stark halt da BW in der letzten Runde leg mich am Arsch nice nice oh ja Joby, komm mal oben die Titan an okay ja ja gleich die Punktzahl gleich die Punktzahl gleich die Punktzahl 1,2,0 1,7,3 danach kommt der Tivo paar mal den 6,9 hast du auch geschafft also deine Zeit war nahe echt Respekt du ja ich hab zu viele Fehler gemacht so ich hab den Start so oft verkackt und war immer irgendwo hinter erst mal 3,4 Zehntel hinter gehabt also Rallye wird jetzt ein richtiger Clown Fiesta ja ist so aber dann ist ja ganz okay weil ich scheiß drauf egal 2,1 gewonnen ja das war doch gut aber endlich war auch ein enges Match für uns entschieden aber die Coasts die war jetzt gerade das Fight also die sind echt gut gefahren hä ja aber wir hätten es nicht also es hätte 7,2,7,3 ausgehen können ja also ich muss sagen ich hätte sie jetzt Stärke erwartet aber Tobi wir sind saumäßig wenig gecrasht ne ich hatte bestimmt 4 Runden 5 Runden wo ich gecrasht bin nein ich meine halt so die Bugs light mäßig in die Dinger oder weißt ja weil ich ultra safe gefahren bin was ich auch wieder hart in eine Kurve ich bin jedes Mal so viel vom Gartgang wie sonst gell ja ja ich bin auch in einer Kurve habe ich auch immer so 2 Zehntel verloren das ist auf der Straße oben so eine links Kurve bevor man kurz runter droppt die habe ich extrem gesaved weil ich das Gefühl hatte beim angucken dass man da schnell wegdriftet ja ja der Übergang ist scheiße na 1,4, 1,5 also wenn die nicht so weiter fahren hätte ich das könne aber heute glaub ich es überhaupt nicht ist egal da brauchen wir 10 Wormups also 1,3 kriegen wir auf jeden Fall nicht hin ne 1,3 schaff ich auch nicht ne 1,3 schaff ich auch nicht also 1,4 Low habe ich ja gefahren die hatte ich auch ein paar Mal gefahren aber die zollte ich halt noch keine Mal also von daher ich wollte es nicht ne ihr wollt ja dass ich Rallye war ne es war nicht geplant aber ich wer sonst jetzt gerade ne Markus wahrscheinlich eher nicht und Firestone mit Tastatur also mit Tastatur geht 1,7 also mit Tastatur geht 1,7 wie sehen wir ich nehme ich das ich nehme ich das ich nehme ich das mit walk weil ich das war auch nicht das ist das ist x-t ich dafür ich was haben wir eigentlich nächstes nächste woche keine ahnung wechsel noch mal ich bin ja ja ich habe es gerade gesehen also sicherlich nicht diese drei environments firestorm könnte mal einen channel gucken ich weiß nicht ob schon gereleased wurde maps ja kann ich machen wahrscheinlich wird gsa und dann wieder freie woche außer du möchtest desert oder so spielen immer nix gepublished noch nicht ist das nicht das letzte gruppenspiel match oder ich glaube das ist jetzt hier gerade das fünfte also ich glaube es kommen noch zwei ich bin mir jetzt nicht ganz sicher das nicht das vorletzte wir spielen auf jeden fall noch gegen gegen das team glaube ich und dann spielen wir auch als allerletzte spiel gegen cmc gegen das gute team ok also dann haben wir noch zwei match er müsste müsste nächste woche ref sein das sollte ja eigentlich auch relativ einfach werden leute wir haben hier eine chance also wenn die zweiten spieler von denen nur 1 6 1 7 fahren dann können wir hier was reißen der gui der macht seine ersten wir müssen so 2 3 5 schaffen du hast schon eine wahrenvorstellung die hauen jetzt hier gleich die 1 3 1 2 rein du weißt das sache ist sollte sollte dir mal klar sein dass ich eben gerade meine pd gefahren bin mit einer 1 6 3 4 ja aber die waren nicht schneller und du hast ja dann verbesserungspotenzial nein also ich habe gerade schlechteste potenzial aber das ist was anderes ach meine hände sind kalt ey meine ich gerade auch ich habe gerade den kurs gespielt ja ich weiß auch nicht warum die kalt sind nicht zwei von denen sind ganz hinten das kommt hier für uns habt eine halbe sekunde entschuldigung lass mich eben vorbei also seit 2 3 4 mit einer halben sekunde nach hinten da kam noch mal angerast oh mein gott kriegen wir das der dritte platz entscheidet kriegen wir den aber es war ja auch voll verdient der dritte platz was war das okay von euch ja auf letzter wir brauchen 1 3 pfff marius ist gerade erster also ich war einfach ja genau dritte Das 2 Zehntel, dann fängt man gut an. Das fährt man so. Ja. Also wenn man mit Dritter bleiben kann, dann muss man bis vorne beschlagen. Ja, das ist nicht wirklich möglich. Nein. Ja, schade. Das hätte sowieso nicht gereicht. Ja. Es wäre möglich, ich muss auch ein bisschen reinkommen. Also mich hat es nach rechts weggedreht und weggehauen am Start und beim Weiterlandung. Ach man, es wäre schon wieder PB gewesen. Koko. Also 2-3-5, 2-3-4, das ist machbar Koko. Ich mach 5. Schade nach unten. Ähm. So war ich denn wieder 1 und 3? Seid auf 2 und 3? Seid auf 1 und 2 Was kann denn da schief gehen? Oh, ja, nein, weiß auch nicht Schade Boah, da hingen die ganzen Ransen oben So schlecht Also wir dürfen nicht crashen, weil der GUI, der kann halt immer in den ersten Platz Wir müssen alle drei auf jeden Fall durchkommen Das ist erstmal die Grundbedingung Ich bin doch durchgekommen, nicht gut, aber durch Die Tivo ist ein bisschen hinten, also wir bräuchten auch wieder rein zum Teil Und dann gucken wir, ob die Fehler machen Ja, bei 1.3 kann ich nichts machen Das wird's doch gar nicht, he Bei 1.5 wird für mich auch schon ultra schwer Ich bin normal, die 1.4 kriege ich ja locker hin normal, also heute halt nicht 1.5 lohnt sich doch, guck guck Das geht grad nicht, Andreas Das geht grad nicht, Andreas Nein, ich bin nicht, ich bin nicht Sei doch zwei und drei, aber wir brauchen noch den ersten Dann versuche ich's mal Ja Das Problem ist, ich komme mit DXTB, komme auf die nächste Kurve nicht rum Ja Ich kann's Voll das gehen Ach, schade Na Oh, war's Fast gesniped Oh, Jungs, das geht halt nicht Also die Runde war geil, bis zu Start Oh, oh, Joe, ich bin in den Punkten vor dir Ich weiß Ja, jetzt komm, jetzt legen wir mal los, oder? Komm, go, go Also nach der ersten Runde hätte ich gesagt, und nach dem Warm-Up Und die erste Runde, dass wir das wirklich gewinnen können Ja? Nee, ist echt Ohne Scherz Geil bei hinten Ja, ich hab' noch zwei für die Ja, ich hab' noch zwei für die Na, halbe Sekunde nach hinten. Da vorne können wir jetzt rein-saten. Ich glaube, das bringt gar nicht so viel, dass man da innen drüber cuttet am Ziel. Ich glaube, man braucht beim Ziel gar nicht so über den Rasenkarten. Ich habe gesehen, der Gui fährt da auch einfach auf dem Dirt lang. Wir sind noch fünf und sechs. Schade. Ja. Aber kein Fehler. Achter, die fahren da über das Rasensziel an der Zielpfosten lang. Ja, ich habe mich gerade gefragt, wo der da hin ist. Der ist gegen die Zielpfosten gefahren. Alter. Jetzt drehen sie auf. Ja, die Runde kann man mal verlieren, ja. Aber vielleicht fahren sie die ja nicht nochmal. Da muss ich safe fahren, damit ich da noch bei denen bin. Ja. 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 Ich habe keine Ahnung, was der so gefahren wäre. Ja. Ich würde schon sagen, dass die schlagbar waren. Dass wenn jetzt Ranky zum Beispiel auch die ganze Zeit 1.4, 1.5 fahren. Ja. Ja. Aber ich gehe mal davon aus, dass der auch 1.4, 1.5 hätte fahren können. Ja, das ist ja auch gut, wenn der 1.4, 1.5 fährt. War aber mehr eigentlich außerhalb. Wo ist das? Hab ich mal gesehen? War mir vielleicht nach, wo geht der 2.5 auf? Ja. Em für 2.5. Das hört nicht gut. Alter, fuck! Das gibt's nicht. Naja, hätte eh nicht gereicht. Ja. Von daher. Ja, die waren natürlich insgesamt schon noch ein bisschen besser. Aber es waren ein paar Runden drin, also man hätte schon einiges holen können. Ist... Aber ich fand mich gut. Für No Train. Okay. Also Respekt definitiv. Dafür, dass ich eigentlich der größte Rallye-Noob überhaupt bin. Ich glaube, so schlecht bist du jetzt auch nicht. Ja, aber nicht mit 5 Minuten Training. Das wird nix. Ich hatte mehr, aber es ging trotzdem. Da würde ich meinen Lenkrad schwenken. Ich habe irgendwie das Gefühl, bei Rallye ist eigentlich nur die Anzahl Training gar nicht so wichtig. Weil die Kurven kennt man. Sind ja immer die gleichen. Und entweder man hat das Gefühl für das Auto und dann kann man das direkt von Anfang an solide No Slide fahren. Oder man hat halt das Gefühl nicht, dann... Genau, und dann läuft aber die ganze Runde nicht. Ja, aber wenn man sowieso nie das Gefühl für Rallye hatte, dann... Ja, das Einzige bei mir ist halt, wenn ich Dxtweak verwende, dann brauche ich ein bisschen Eingewöhnungszeit. Weil ich erstmal mit diesem Lenken klarkommen muss. Aber am Ende lohnt sich's irgendwie. Ja, manchmal. Einmal hab ich's, einmal hab ich's halt nicht. Und heute war's der ganze Tag nicht da. Ich halt so. Ist doch egal. Wird zwar machbar gewesen, aber hey... Ja, immer nochmal zwei Maps gewonnen. Und das Lustigste war ja, Coaster haben sie am besten trainiert. Ich glaub, Rallye haben sie einfach irgendwie keine so richtige Lust gehabt. Und dann haben wir ja gesagt, das schaffen wir so oder so. Haben sie auch. Naja, wenn... Wenn Rain da gewesen wäre, wär's auf jeden Fall sehr eng geworden, glaub ich. Ja, ja. Also wir hätten gerade am Anfang des Matches so viele Runden geholt. Ja, jetzt am Ende wurden sie deutlich konstanter, ja. Genau. Und auch schneller, dass sie dann eine 1.5er fahren. Und äh... Auch mal eine 1.4 mit einem zweiten Fahrer. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Also, haben sie erst mal noch gepostet? Bis... Das ist alles. Doch nix. Nix da? Hm. Ja. Ja, aber es ist ja klar, dass von den vier anderen Envys, was auch immer dann sein wird, also... Ja. Wir wären ja schon. Was wird's denn so grob sein, Marius? Was hat man denn jetzt lange nicht mehr gefahren? Äh... Also Island auf jeden Fall. Ja, Island wird dann vorkommen. Das macht Sinn. Ja. Ja. Äh... Ja, dann Desert. Schätze ich wird er auch kommen. Dann Bay oder Snow. Ja. Also Island. Ja, ist immer unser Lieblings-Envy. Dann muss man hoffen, dass es bei Rain wieder funktioniert, weil wir haben ja keinen zweiten Fahrer. Ja. Das ist schon so. Da ist immer die Frage, Rain, ich und wer dann überhaupt noch? Also... Neon könnte fahren? Ja. Ja, ich würde kurz sagen. Vielleicht, ja. Dann nähern. Oder Sponge. Ja. Wenn er Zeit hat. Dann Desert gehe ich von aus. Ja, also... War nicht jedes Mal jetzt Desert? Also... Wird nicht Desert dieses Mal oder vielleicht geskippt? Das hängt davon ab, in welcher Reihenfolge die Envys sind. Äh... Ich meine, im letzten Match hatten wir Desert Bay und Snow gefahren. Zwei davon kommen halt wieder. Ich hab doch mal... Ist egal. Warte mal, es gab doch so mal... Jaja, aber das ist... Da muss man ewig scrollen. Da muss man ewig scrollen. Das ist halt... Ne, warte mal. Ich hab das gleich. Jetzt hab ich gleich welche Maps dann kommen. Ah ja, ich hab's auch. Ähm... Es wird drankommen. Island. Snow. Bay. Oh, das ist ja perfekt für mich. Dann fahr ich echt gar nichts. Also. Dann wünsch ich einen schönen Abend. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Jo. Und Runde 7 darfst du alles fahren, Joe. Hä? Desert Coast Rally. Viel Spaß. Ne, oder? Haha. Ja, da bist du dann voll eingeplant. Ja, aber deshalb... Das war ich auch nicht oft. Das ist lang her. Das ging früher. Ich hab das Gefühl, null mehr. Das geht nämlich. Ja, äh... Ich würd mal sagen, wenn die Baymap halbwegs... Tastaturfreundlich ist, schaut die sich Firestorm an. Kann ich machen, Herr? Ja, also wenn... Wenn Bay fit geht, kann ich auch mal eine Runde Bay fahren. Wenn ich ja noch diese Season werde... Also ich hoffe mal, dass es Low Pace ist. Weil wenn's halt wieder schnell ist, kann man dann auch mal was schreiben, bitte. Mit der... Abwechslung. Haha. Ne, es... Es geht ja. Aber die... Also die... Die eine Baymap aus der SLR, glaub ich, war's. Die ging ja sogar. Die war ja noch schneller als bisher alle Maps von denen. Ja, aber die ging komischerweise für dich. Ja? Und du warst mir der einzige, wo sie... Ich... Ich... Ich weiß zwar nicht, wie das ging, aber okay. Ja, du hast glaub einfach so den Tiffelrhythmus gehabt, weißt du... So richtig so... So richtig so... Mit 10 Anschläge pro Sekunde oder sowas. Du... Suspicious. Tschüss. Haha. Haha. Tschüss. Tschüss. Tschüss.